Hallo, ich bin ein Mac. Und ich bin ein PC. Und ich bin ein ITler. Oh, was ist mit dir los, PC? Dieser PC wird aufgerüstet. Hey, eine Kamera, schön. Was hast du vor, online chatten mit deinen Freunden? Nein, das ist für seriöse Videokonferenzen. Das ist cool. Ja, vielleicht hast du auch irgendwann das Vergnügen und wirst mit einem so wertvollen Hightech-Gerät wie diesem hier ausgerüstet. Also, bei iMacs und MacBooks ist die Kamera schon eingebaut. Da kann man sofort loschatten, wirklich cool. War's das? Noch nicht ganz viel. Ja, ich denke, wir sind fertig, danke. Hallo. Halt. Halt.